Musik Liebe Zuschauer, wieder ist so einiges passiert in der vergangenen Woche, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DOZ News. Am 8. Februar fand ein Forstwirt in einem Wald in der Nähe von Hobeck in Sachsen-Anhalt einen toten Wolf. Der noch junge Wolfsrüde war abgemagert und von Reude befallen. Unter den örtlichen Jägern war das Tier bereits bekannt. Der Wolf wurde häufiger auch am Tage beobachtet und bot einen mitleiderregenden Anblick. Noch am Fundtag wurde die untere Naturschutzbehörde benachrichtigt, die den Kadaver für weitere Untersuchungen abtransportieren ließ. Reude bei Wölfen scheint in der Gegend häufiger zu sein, wird aber von den Behörden nicht an die große Glocke gehängt. Ohnehin werden verendete Tiere nur dann gefunden, wenn sie wie in diesem Fall direkt neben einem Weg liegen. Am vergangenen Sonntag hat ein Jäger bei Bramsche in Niedersachsen in einem Gewässer im Fallenmoor eine Leiche entdeckt. Er alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr barg den männlichen Toten. Wie ndr.de berichtet, wurde der Mann noch nicht identifiziert. Die Todesursache ist ebenfalls unklar. Eine Obduktion soll Klarheit schaffen. Vergangene Woche fanden Anwohner in Schlitz in Hessen ein Krokodil in einem Graben. Das Reptil war bereits tot und von Tieren angefressen. Es weit war ein Meter lang. Der Kadaver wird vom Veterinäramt an ein Labor übergeben. Dieses soll weitere Untersuchungen durchführen. Der Besitzer der Echse wurde noch nicht ausfindig gemacht. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. In Hörde in Nordrhein-Westfalen musste sich die Polizei am gestrigen Mittag mit einem widerspenstigen Bussard abgeben. Der Greifvogel lag in der Gleisanlage in Hörde. Für die Bergung wurden zwei Gleise des Hörder Bahnhofs gesperrt. Der Bussard wurde nach erfolgreicher Rettung in eine Tierarztpraxis in Dortmund gebracht. Das Entfallen der Jagdsteuer zum 1. April 2017 im Landkreis Rotenburg passt der Partei Die Linke wohl gar nicht. In einer Pressemeldung vom 14. Februar fordert der Vorstand von Die Linke des Kreisverbandes Rotenburg-Wümm, den Genuss des geldwerten Steuervorteils auszugleichen. Das Wild ist herrenlos, bis ein dazu befugter Jäger es sich mit einem Blattschoß kostenlos aneignet, schreibt die Partei in einer Meldung. In Deutschland gibt es Lebensmittel im Überfluss und dennoch herrscht bei vielen Menschen Mangel, sodass Bedürftige an den Lebensmittelausgabestellen der Tafeln Schlange stehen, um etwas von den abgelaufenen Lebensmitteln und dem fleckigen Welten Obst und Gemüse zu bekommen, so Die Linke. Um diese Nachfrage auszugleichen, sollen Jäger 70% einer Jagd als Frischfleisch an die Tafel abgeben. Dies sei eine soziale Aufgabe, die mit geringem Aufwand verwirklicht werden könne, zumal die Jäger sich laut Die Linke über zu hohe Wildbestände und Schäden beschweren. Wir spenden nun unsere volle Aufmerksamkeit der April-Ausgabe der DOZ. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin. Weidmannsheil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und wenn ihr auch immer am Ball bleiben wollt, dann könnt ihr hier unter mir abonnieren.